Ja, was ganz Besonderes für dich! Ihr Töten seid irre! Er kann nichts dafür, wenn er einmal anfängt zu... Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment! Wir beide wissen, dass Angst theatralig ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh! Ich habe das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh! Da kommt das Toxin! Ich kann es fast schmecken! Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es ein. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara! Ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht! Das lasse ich nicht zu! Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein! Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus Dags Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mitte, die ganze Stadt in Angstgas einzuhöhlen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Irrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrow's Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Batman, was im Unterschlupfen passiert ist, war kein grausames Spiel. Es musste sein. Heute Nacht geht es um mehr als Gotham. Es geht darum, was in diesem Raum aus dir wurde. Der gescheiterte Helm. Und wenn ich mich auf diesen Werbetraster zwischen Red Lord Scarecrow entscheide, muss nehme ich den Strom ausfallen. Was Scarecrow wohl mit dieser Maschine von ihm vorhört? Scarecrow zieht das an Halloween durch. Ich schätze, er hat auch ein bisschen. Schöne, dich zu sehen, Batman. Batman! Hol dich raus! Ich muss sagen, es gefällt mir zu sehen, wie du bei jedem... Hey Mann, alles in Ordnung? Pass auf dich auf! 23, 26. Oktober. Ich habe die Archive durch Luftflugliebe auf dieses kleine Juwel. Das gefällt mir nicht. Sei ruhig. Wenn er mich angreift, kriegt er eine Kugel ins Knie. Du wirst davon... Was ist nur auf dem Luftschiff passiert? Scarecrow hat sich den Cloudburst geschnappt. Schätze, das ist übel. Wo ist Gordon? Er sucht immer noch nach Barb. Ist nicht zu erreichen. Sag mir, dass du sie gefunden hast. Cash. Es tut mir leid. Nein, sag nichts. Nicht sie. Wenn Gordon hierherkommt, sperren sie ihn ein. Wenn er sich Scarecrow vornimmt, kann das niemals gut gehen. Ich brauche deine Hilfe. So wie ich das sehe, brauchst du ein Wunder. Warum macht dir das Gas nichts aus? Du hast Angst. Hättest du auch, wenn du wüsstest, was Scarecrow vorhat. Und warum sollte ich dir trauen? Weil ohne deine Hilfe jede einzelne Pflanze in dieser Stadt sterben wird. Wegen diesem Wunder. Ich habe eine Spore als Gegenmittel für Cranes Gift entwickelt. Einfach, wenn man weiß, wie. Und Pflanzen auf Molekularebene manipulieren kann. Könnte das die ganze Stadt schützen. Theoretisch. Aber allein schaffe ich es nicht genug, davon zu produzieren. Dann besorgen wir dir Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Da sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mache auf. Lass dich nicht umbringen. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. An alle Einheiten, Kobra-Panzer in Sektor 3 entsandt. Alle nicht essentiellen Einheiten, Gegend umgehend räumen. Das Weltmobil beherrscht diese Straße nicht. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Damit wäre die rechte Seite gescannt. Nur noch die linke Seite scannen. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Ich bin zu weit weg für einen richtigen Scan. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Den Bereich habe ich schon analysiert. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Den Bereich habe ich schon analysiert. Die Kobra-Drohne würde das Batmobil nach ein paar Schüssen in Stücke reißen. Ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60-Millimeter-Geschutz sollte sie ausschalten. Auf dem Radar kann ich die Tatsache sehen. Ich muss die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Ich kann den Kobra-Panzer nicht einfach so angreifen. Ich muss unbemerkt hinter ihn gelangen und die Auspuffstutzen anvisieren. Ziel erwischt! Ich habe ihn! Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Ich kann den Kobra-Drohne durchführen. Kobra-Spätpanzer zerstört? Unmöglich! Wir wissen, welches Kaliber er einsetzt. Die Panzerung hätte standhalten müssen. Man kann nicht einfach einen einzelnen Kampfpanzer einsetzen und erwarten, dass er ihn zerquetscht. Batman ist zu gut dafür. Phase 2 des Angriffsplatz aktivieren. Alle Kobras in Formation einsetzen. Mr. Wayne, ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobile-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet. Falls der Wagen überhaupt noch ganz ist, natürlich. Danke, Lucius. Hast du von einem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Er ist wohl neidisch auf Batmobile.